Die CSU lässt sich offensichtlich von den Ergebnissen der AfD beeindrucken und beginnt nun eben genau wie die AfD verstärkt die Patriotismus-Schiene zu fahren. Zum Auftakt des Wahlkampfjahres 2017 nimmt die CSU dabei zwei Gegner ganz besonders ins Visier. Nämlich die sogenannte politische Linke und Mitte, bestehend aus der SPD, Linkspartei und den Grünen, als auch, und wie könnte es anders sein, uns Muslime. Die bayerischen Patrioten sehen es nämlich mal wieder als ihre Berufung an, die deutsche Leitkultur unter uns Muslimen durchsetzen zu müssen. So wird von der CSU zur Mobilisierung gegen einen politisch agierenden Islam aufgerufen, da in der Vorstellung der CSU tatsächlich die offene Gesellschaft nur eine Zukunft habe, wenn sie den Kampf mit dem politischen Islam aufnehme. Nun, um diese zu erreichen, möchte die CSU die deutsche Leitkultur durchsetzen und eine trennscharfe Unterscheidung zwischen Islam und politischem Islam vornehmen. Uns Muslimen stellen sich bei solchen Ansagen natürlich einige Fragen. Erstens, was haben denn die Muslime hierzulande bitteschön verursacht, dass man eine solch aggressive und feindselige Ansprache an uns richtet? Zweitens, wie kommt die CSU darauf, dass wir Muslime durch unsere bloße Anwesenheit in Deutschland eine Bedrohung für die hiesige Kultur darstellen? Etwa nur, weil wir andere Ansichten haben und eine andere Lebensweise anstreben als der typische CSU-Wähler? Und drittens, was soll der ständige Unsinn, den Islam in irgendwelche Lager spalten zu wollen, die es während dem 1400-jährigen Bestehen dieser glorreichen Umma so nie gegeben hat? Die Natur des Islam beinhaltet immer auch eine politische Komponente. Das Wesen des Muslims ist politisch. Dies kommt daher, dass der Islam uns natürlicherweise sagt, wie wir die Angelegenheiten des Lebens zu regeln haben. Wenn wir Muslime uns also mit einem beliebigen Sachverhalt auseinandersetzen, so tun wir das auf Grundlage des Islam. Dieses Selbstverständnis bei uns Muslimen zu verändern, ja sogar bekämpfen zu wollen, bedeutet nichts anderes als einen Eingriff in unser Muslimsein mit dem Ziel, uns Muslime vollständig von unserer islamischen Identität zu lösen. Es soll gemäß der CSU einfach keine Muslime im ursprünglichen Sinne mehr in Deutschland geben. Dies erkannte auch übrigens der FAZ-Autor Albert Schäfer, in dem er ironischerweise festhält, Wer bislang an dem Satz zweifelte, dass der Islam zu Deutschland gehöre, wird auf dem Parteitag feststellen, dass er sogar zur CSU gehört, in einer wohlverstandenen christlich-sozialen Fassung. Das ist ein Beispiel, wie ein Überschlafer, in der sich an die Kunst-Einhalte berichten, dass er nicht mehr in der sich um den Todesfache, die ihr siemarschlafen, sondern auch immer in die Kunst-Einhalte. Und das ist ein Beispiel, was wir sehen, wie ich meine Mutter in Deutschland bin. Ich möchte mich, dass er außen zu wollen, was wir sehen, ist das ein Beispiel, was ich mir vorstellen, dass «Buschefene Stolz werfen gesehen hat » Und zwar mit dem Schäfer.